Setzen Sie ein, unregelmäßiger Plural. Der Ball, die Bälle. Das Buch, die Bücher. Die Kuh, die Kühe. Der Vogel, die Vögel. Der Garten, die Gärten. Der Wald, die Wälder. Das Lied, die Lieder. Die Mutter, die Mütter. Der Stuhl, die Stühle. Der Vater, die Väter. Das Tuch, die Tücher. Der Saft, die Säfte. Der Staat, die Staaten. Der Ast, die Äste. Der Geist, die Geister. Der Satz, die Sätze. Der Korb, die Körbe. Die Stadt, die Städte. Der Bach, die Becher. Der Gast, die Gäste. Das Haus, die Häuser. Der Nacht, die Nächte. Der Mann, die Männer. Der Zug, die Züge. Das Thema, die Themen. Die Maus, die Mäuse. Das Museum, die Museen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.